Sieben Rennen, sieben Siege, sieben Turme. Wir wurden erwähnt, um in der Burg zu fahren. Es heißt an diesem Ort. Das sind die Regeln. Ihr baut euch zwei Autos und die treten dann gegen unsere Acht. Werden Weltmeister geboren. Niemand, der da war, das erzählt. Und dieses Team will es beweisen. Macht Platz für V8. David, Kiki Lilou, Robin und der Diamond-Dachsmann von Drachenherz. Macht Platz für Herr Gitti. Hast du sowas schon mal gesehen? Die Burg ist für Erwachsene tabu. Dann gibt es die wirklich? Bei all meinem Stolz und all meiner Würde, schwöre ich niemals zu verraten, dass es die Burg und die Rennen die Wirklichkeit gibt. Und ich bin bereit dafür zu sterben. Wir schwören. Wir schwören. Ihr müsst sie nur noch zu reiten, Jungs. Nur einer von den beiden kann der Beste sein. Da gibt es keine Freundschaft. Das ist ein echter Totalschein, oder? Mit euch zusammen kann ich etwas ganz Besonderes werden. Sei gut. So gut wie ich kann. Dann kannst du der Beste sein. Vom Erfinder von Die Wilden Kerle. V8. So ist euer Albtrop und so ist unser Team. Die Wasser sieht fertig. Es sieht alles aus dir, David. Das ist die letzte Runde. V8. Du willst der Beste sein. Komm, wenn du dich traust. Das ist die nächste Runde. Das ist die nächste Runde.